Gemmeck steht für den Grazer Eisenbahner Modell-Eisenbahn-Club. Begonnen hat es im Jahr 1982 mit dem Zusammentreffen einiger Eisenbahn-Enthusiasten, die mit der großen Eisenbahn nicht genug hatten und unbedingt auch noch eine kleine Eisenbahnraum wollten. Die Gründer des Clubs, gestandene Eisenbahner, haben sich im Jahre 1982 unter dem Kulturverein der österreichischen Eisenbahner zur Sektion Modell-Eisenbahn zusammengefunden. Die Anlagenplanung folgte dem Konzept, Betrieb zu machen, ohne überladenem Gelände. Mit einem riesigen, unsichtbaren Anlagenteil wurde die Abstellkapazität von 74 Zügen mit einer Länge bis zu 6 Metern geschaffen. Die Betriebsbahnhöfe, zwei im sichtbaren Teil und zehn im Untergrund, ermöglichen einem Betrieb, dem Vorbild entsprechend abzuwickeln. Die gesamte Anlage wird von drei Zentralrechnungen gesteuert und benötigt für den Betrieb drei erfahrene Eisenbahn-Enthusiasten. Genießen Sie im Folgenden eine wunderbare Fahrt durch das liebevoll und detailgetreu gestaltete Gelände durch und über den Zimmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein besonderes Highlight stellt der voll funktionsfähige bis ins letzte Detail nachgebaute Selztaler und Lockschuppen dar. Meine Empfehlung, unbedingt anschauen!